So, ich bin mal auf die glorreiche Idee gekommen, gerade mal Licht einzumachen. Ähm, Teufi? Maus? Ich versuche gerade die Welpen zu filmen. Ja, Teufi. Mahlzeit. Also das war nicht ich, das war der Hund jetzt hier vor mir. Das war Tauriel. Jo, ich glaube, jetzt ist es doch schon vorbei. Schade eigentlich. Jo. Also ihr seht, Tiefenentspannung ist hier. Ja, du auch.